Metta-Meditation voller Liebe, voller Güte. Liege oder setze dich bequem hin. Komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme tief in den Bauch ein. Halte die Luft kurz an. Und atme lang wieder aus. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen. Die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Einatmen. Ausatmen. Und wenn es sich für dich gut anfühlt, dann lege jetzt gerne eine Hand auf dein Herz. Und wiederhole bitte die Sätze, die ich nun für dich spreche, entweder laut oder leise, so wie es sich jetzt gerade richtig anfühlt. Möge ich glücklich sein. Möge ich mich sicher und geborgen fühlen. Möge ich unbeschwert und mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Bring deinen Fokus nun zurück zu deinem Atem. Und atme noch einmal ganz tief ein und aus. Nun denke an einen Menschen, der dir sehr wichtig ist. Einen Menschen, den du liebst. Und sprich für ihn die Sätze der liebenden Güter. Mögest du glücklich sein. Mögest du dich sicher und geborgen fühlen. Mögest du gesund sein. Mögest du unbeschwert und mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Atme noch einmal tief ein und aus. Und jetzt denke an eine Person, mit der es gerade schwierig ist. Eine Person, mit der es einen Konflikt gibt. Und sprich jetzt auch für diese Person, die Sätze der liebenden Güter. Mögest du glücklich sein. Mögest du dich sicher und geborgen fühlen. Mögest du gesund sein. Mögest du unbeschwert und mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Kannst du die Verbindung spüren, die zwischen euch entsteht? Genieße das Gefühl von allumfassender Liebe, das dein Herz jetzt gerade erfüllt. Spüre, wie sie dein Herz befreit. Spüre, wie dein Wohlwollen gleichermaßen auf dich und andere scheint. So wie die Sonne, deren Strahlen nicht unterscheiden, auf wen sie scheinen, erlaubt auch dein allumfassendes Wohlwollen, jedem auf seine ganz individuelle Weise glücklich und frei zu sein. Stelle dich nun darauf ein, in sie und jetzt zurückzukehren. Nimm die Unterlage wahr, auf der du sitzt oder liegst. Bewege deine Füße und bewege deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Und nun atme noch einmal tief in den Bauch ein. Nimm frische, neue Energie auf. Und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Augen. Und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Annahme. Und beim Ausatmen öffnen, du einfach mehr an die Geräte. Und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Frage. Vielen Dank.